Herzlich willkommen Freunde in meinem Kanal. Heute geht es um Versuchsschaltungen, Versuchsaufbauten. Der Techniker oder der Tüftler unter uns will ja immer wieder mal eine Schaltung probieren und dafür gibt es verschiedene Stecksysteme. Das ist so ein Profi-Stecksystem, was ihr möglicherweise auch aus der Berufsschule her kennt, wo durch einzelne Modulen, die man beliebig zusammenstellen kann, verschiedene Schaltungsmöglichkeiten ausprobiert und experimentell untersucht werden können. Und um dieses Thema werden wir uns heute speziell kümmern. Ich habe vor Jahren mal ein Baukastensystem entdeckt und gefunden, was ich euch unbedingt mal zeigen möchte. Ein Baukastensystem im Grunde für Profis, um Schaltungen wirklich testen und entwickeln zu können. Dieses Baukastensystem besteht aus so kleinen, wie ihr hier erkennen könnt, Klötzchen, ja Acryl, mit Magneten. Ein Magnet immer nach unten ausgeführt, um ihn auf der Platte arretieren zu können. Und für die Kontaktweitergabe, in diesem Fall bei diesem Widerstand, 4,7 Kiloohm, rechts und links wieder ein Magnet angebracht, der jetzt im Grunde die elektronische oder elektrische Verbindung für diesen Widerstand nach rechts und nach links im Grunde ermöglicht. Und auf diese Art und Weise kann ich im Grunde Block für Block aneinanderreihen und damit meine Schaltungen entwickeln, ausprobieren, in der Praxis testen, verändern, wie auch immer ich arbeiten und variieren möchte. Und das Schöne ist einfach, wenn ich sämtliche in Frage kommenden Bauteile in dieser Form natürlich dann, wie hier den Taster zum Beispiel auch, als Beispiel, wenn ich das so in Mengen hätte, dann hätte ich also als Profi unglaubliche Möglichkeiten dann, im Grunde hier zu jonglieren. Und dieses Verfahren finde ich so genial, dass ich gerne mal gewusst hätte, und da hoffe ich auf euch, wer eigentlich der Hersteller von diesem Stecksystem war. Es ist leider an dem Kasten nicht erkennbar, den ihr hier seht. Ihr seht also noch verschiedene Leitungsverbinder und auch Bauteile, aber wir kriegen den Hersteller hier einfach nicht raus, weil offensichtlich hier einiges, quasi was hier mal eingeklebt war, verloren gegangen ist. Also wenn von euch jemand nachvollziehen kann, wer hier quasi der Hersteller von diesem Produkt ist, gibt mir das wirklich bitte mal in die Kommentare. Ein schönes Stecksystem für Profis ist auch das hier. Hier ist es mal die Digitaltechnik, wie ihr leicht erkennen könnt. Hier hat man nicht mit den Magneten gearbeitet, sondern im Grunde hier mit den Steckfedern, ja, die man hier gut im Profil dann sehen könnt. Ja, und ich kann im Grunde die Verbindung herstellen, indem ich jetzt hier diese Steckfeder im Grunde hier einrasten lasse und damit die Verbindung im Grunde wieder unter den Modulen herstellen kann. Das, was jetzt hier zusammengesteckt ist, macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Also ich wollte euch auch nur dieses Stecksystem zeigen. Also nicht, dass ihr vermutet, das sei jetzt irgendeine sinnvolle Schaltung. Auch dieses Stecksystem ist einfach genial. Also für Bastelprofis, sag ich mal, die also in irgendeiner Form ein bisschen, sagen wir mal, auch entwicklungsbezogen arbeiten wollen. Für die, meine ich, sind solche Stecksysteme einfach fantastisch. Wird wahrscheinlich nicht unbedingt preiswert gewesen sein, aber das, was man damit realisieren kann, ist, so meine ich, fantastisch. Also das kann sich sehen lassen, ich sag's mal so. Ein richtig schönes Stecksystem ist auch das, was ihr hier im Bild jetzt seht. Ein nicht wirklich unbekannter Hersteller, ne? Der baut nach dem Lego-Prinzip im Grunde, also Lego-Steine, ne? Dann seine Bauteile, die in so Klötzchen verbaut sind, haben unten zwei Noppen, die sogar horizontal wie auch vertikal jetzt auf diese Grundplatte hier aufstecken kann. Und damit bin ich jetzt in der Lage, richtig nach Stromlaufplan im Grunde jetzt hier meine Schaltungen zu realisieren. Eigentlich eine recht geniale Idee. Das einzige, ja, der Nachteil, möchte ich immer wieder sagen, sind jetzt die sogenannten Verbinder, ne? Denn diese Verbinder, die ich brauche, um jetzt elektrische Schaltungen zu realisieren, bestehen im Grunde hier aus solchen Stöpseln, ne? Und ich muss jetzt mit den Stöpseln im Grunde hier meine Drahtverbindung einklemmen, ne? Also im Grunde steckt man hier den Draht zunächst erstmal in das Lok vor. Gar nicht so einfach, wenn man durch die Kamera guckt. Und dann kommt dieser Stopfen da oben drauf und und damit ist dann dieser Kontakt hier im Grunde gegeben. Ist so eine gewisse Fummelei, also nicht so ganz so einfach beim Erstellen einer Schaltung. Neigt auch so ein bisschen zu Wackelkontakten oder Unterbrechungen, weil ich beim Zusammenstecken eben vor allen Dingen dieser Leitungsverbinder nicht sauber aufgepasst habe und damit im Grunde eine Unterbrechung besitze in der Schaltung. Aber ansonsten ist diese Idee eigentlich richtig, richtig gut. Nachdem ich über 20 Jahre mit solchen Stecksystemen zur Entwicklung meiner Schaltung rumexperimentiert habe, bin ich dann schließlich auf die Idee gekommen, mein eigenes System im Grunde zu realisieren. Dieses System besteht aus solchen Kunststoff, gefrästen Kunststoffklötzchen, ne? Die sind einheitlich größer natürlich besitzt. Ich hab da nur zwei Varianten im Grunde. Die sind klein und eben den größeren Eklotz, den wir hier sehen. Und eingebaut sind jeweils Bananenbuchsen und diese Bananenbuchsen sind dann natürlich mit den Bauelementen, die sich jetzt jeweils hier oben drauf befinden, entsprechend verschaltet, ne? Und wenn ich natürlich alle für meine Experimente in Frage kommenden Bauelemente dann auf diese Art und Weise hier auf mein Klötzchensystem verbaut habe, kann ich natürlich mit den entsprechenden, ja, Laborstrippen und Brücken natürlich dann im Grunde auch wieder nach Stromlaufplan meine Schaltung wunderbar hier aufbauen. Im Grunde auf jedem Tisch, ne? Ich hab unten die Klötze nochmal vergossen mit so einem Silikon, um einfach dann mechanisch auch eine gewisse Sicherheit hier zu haben, damit mir da nichts abreißt. Und das ist eigentlich perfekt, wenngleich der Aufwand natürlich recht groß ist, ne? Später, viel später, eigentlich bin ich noch auf die Idee gekommen, ein anderes Verfahren zu machen, was ihr hier seht. Es gibt ja statt diesen, äh, hier jetzt noch verbauten Standardbananenbuchsen in 4 mm, gibt's ja noch diese klemmbaren Bananenbuchsen, ne? Also die ich im Grunde hier, ähm, aufschrauben kann. Und dann erscheint ja hier dieses berühmte Klemmloch, was wir da ja erkennen können. Und im Grunde kann ich jetzt hier mein Bauelement hier einklemmen, ne? Hab im eigentlichen Kästchen jetzt keine weiteren Bauteile mehr. Und kann auf diese Art und Weise, äh, für meine Schaltungen jetzt im Grunde jedes Bauteil hier anordnen und entsprechend dann wieder mit meinen Laborkabeln verbinden. Äh, diese Bananenbuchsen sind nicht ganz so preiswert wie das, was wir hier, ähm, zum Beispiel vorhin, äh, gesehen haben. Also diese Bananenbuchsen, ähm, ähm, sind eine Kleinigkeit teurer. Aber ich brauche auf diese Art und Weise, dass ich im Grunde, ähm, ähm, so arbeite, äh, brauche ich natürlich auch viel, viel weniger von diesen, äh, Bauteileklötzchen. Könnt ihr euch ja vorstellen. Weil ich komme hier problemlos mit 30, 35 Klötzchen aus. Und ich kann jetzt, äh, äh, vor allen Dingen auch defekte Bauteile, wenn sie irgendwann mal hops gegangen sind, natürlich auf diese Art und Weise schnell wieder hier austauschen und im Grunde mit meinen Experimenten fortfahren, ne. Also für mich ist das, ähm, für professionelle Versuche vor allen Dingen ist das hier für mich eigentlich, äh, das, ähm, ja, äh, also aus meiner Sicht jedenfalls interessanteste System. Äh, äh, es gibt noch ein weiteres, äh, zeige ich euch jetzt auch noch. Eine im Augenblick, äh, ganz stark verbreitete Variante sind natürlich diese Steckbretter, ne. Die sind, äh, sozusagen hier in Linie durchkontaktiert. Und mit diesen Steckbrettern kann ich jetzt meine Bauteile im Grunde nach Stromlaufplan, den ich mir dann irgendwie vorgenommen habe, ne. Äh, äh, zum Beispiel hier jetzt vorstecken und die Kontakte relativ schnell durch Einstecken des Bauelementes, äh, im Grunde herstellen. Äh, so richtig sicher ist dieses Brett aber nicht. Manchmal hat man Schwierigkeiten, also ein Bauteil dann wirklich hier in diese Feder, äh, äh, so zu platzieren, dass sie dann auch, äh, äh, richtig ihren Kontakt, äh, haben und halten. Und, äh, wenn ich dann hier tatsächlich nochmal so nachhake, dann stellen wir fest, also das hat nicht richtig geklappt. Und dann brauche ich letztendlich doch wieder eine Spitzzange, um diesen Kontakt dann richtig unten in die Feder hinein zu zwingen, ne. Äh, äh, trotzdem sind Wackelkontakte hier bei diesem Prinzip, äh, nicht auszuschließen. Äh, äh, das, äh, das, äh, das, äh, äh, das, äh, größte Problem, was eigentlich dieses Stecksystem, äh, äh, wirklich hat in der Praxis. Und je mehr ich im Grunde diese Federbretter auch benutze und brauche, äh, 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 desto stärker leiern auch hier dann diese, äh, äh, diese Bretter, äh, äh, entsprechend dann aus und machen Schwierigkeiten, ne. Also, so richtig glücklich bin ich mit dieser Variante nicht. Äh, äh, die besten Kontakte sind natürlich richtig mit Laborkabel und dann, äh, äh, diesen Bananenkontakten, na, wie wir sie vorhin schon gesehen haben. Diese Bretter kann ich auch aufkleben, damit das Ganze so ein bisschen dann irgendwo, äh, äh, auch mal irritiert werden kann und nicht so durch die Gegend, äh, äh, sich verschiebt, vor allen Dingen, wenn ich hier meine, äh, Bauelemente stecke, äh, äh, kann ich also das Ganze auf eine Platte aufkleben und damit so ein bisschen, äh, sicherer operieren. Auch Schraublöcher sind hier vorhanden, wie ihr seht, ne. Ja, das, äh, äh, sind nun mal meine Erfahrungen zu diesem Thema Experimentieren und Experimente Schaltungen und, äh, 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 ich hoffe, euch ist klar geworden, dass ich natürlich eben mit solch Methoden, äh, sehr schnell eine Schaltung realisieren kann, als Versuchsaufbau und vor allen Dingen an der Schaltung dann auch noch Änderungen beliebig vollziehen kann, um für mich so, ähm, ähm, den richtigen, ähm, ähm, Effekt oder das, was ich erreichen will, vor allen Dingen mit der Schaltung, äh, äh, denn wirklich dann auch hinzubekommen, ne. Ja, ich, äh, hoffe, das war mal wieder spannend genug für euch, wünsche euch eine schöne Zeit, äh, es geht natürlich in meinem Projekt weiter. Bis dahin, ade und bye-bye. ... ... ... ... ... ... ... ... Spießagepakt ist mein Kopf, was gewesen ist gewesen.